Leute, hier ist jetzt gleich Anfiff und heute spielt er unter U21 gegen Eintracht Trier. Kein Kommentar von Tobias diesmal. Was soll es denn da zu kommentieren geben? Gib ihm mal wieder einen Sieg und dann ist gut. Das glaube ich auch. Was ist eigentlich euer Tipp? Mein Tipp ist 2-1, Köln. Ah, schönes. 3-1, schon was schönes. 2-2? Was? Ja, ist doch geil. Ist doch nicht egal, FC gewinnt. Ja, dann 3-2. Gut, und jetzt haben wir gerade den Anstoß. Und 1-0 direkt. Lauf sie! Und? Dreckig. In der Nähe spielen wir beim Bandsland. Ach, ist doch... Ach! Ey, Brüder, das ist ein Glattfachfansch. Da aufpassen. Ach, schön, ja, weit. Du bist voll, du bist voll. Ist ja wohl, Deucke. Haut es den Rennen! Aber nicht. Letzten. Viktoria brennt ab. Fiktionell kann ja gar nichts tun. Immer, immer. Was ist das denn? Schweine. Konter, Konter! Yes! Hau und rauf! Der hat schon Geld. Der war zu hoch. Ruhig denn, der kommt dahin. Wenn wir uns über Bier fällt das 1 zu 0. Für Trier. Genau. Für Trier, genau. Geh mal Bier holen jetzt. Trier kann man mal gewinnen. Geh mal Bier. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Was ist denn? Auf geht's! 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 Scheiß Mönchengladbach! Wir singen! Scheiß Mönchengladbach! Scheiß Mönchengladbach! Wir singen! Scheiß Mönchengladbach! Scheiß! Und da fahren! Wir nach Batonnef! Um den FC Köln zu sehen! Geist als Stand 1 zu 0 Trier! Unnötlich! Was? Pf... Auf geht's! Nein! Nur die Föllner! Mach! Jawoll der... Oooooohhhh! Ich muss doch mal das Tor sein. Oh, ja. Schalalalalalalala. Oh, warte. Ihr könnt ja gar nix. Hä? Eure Hörer gehen zu VfL. Ja, zu Düsseldorf. Stimmt doch noch. Ist gar nicht. Hörer. Hörer. Scheiße. Steil auf steil. Oh, Mann. Komm, steh. Oh, Mann. Oh, Mann. So fängt es an mit dem Gästen. Wo soll ich denn sonst schlafen? Ja, keine Ahnung. So fängt es an mit dem Gästen. Wo soll ich denn sonst schlafen? Ja, keine Ahnung. Ich kann auch hier beim FC schlafen. Oh. Oh, der FC kommt. Oh, der FC kommt. Das wird immer auch gut. Ja. Endlich. 1-1. Vor dem FC. So, jetzt. Guck mal, dass es aber kommt. Oh, ich bin schon kaum. Und was Mais whirlwind. Healthy, Ade Eingang. Scheiße, Entschl Breakfastmemesser. Weitere Eingang. Die Profis da spielen jetzt neu Kölner balls in Dior honestly. Wie viel hast du schon? Heute... Auch wenn ihr Arbeit zieht. Endstand 1 zu 1. Oh, jetzt verschwindet. Ja, klein. Erstmal. Oh, hey, oh, hey! Oh, hey, oh, hey, oh, hey! Amateur FC! Amateur FC! Amateur FC! Ach, sie ist weg. Sieht los gut, oder? Ja. So, Leute, das war der Spielbericht. Heute gegen Eintracht-Trier. Eintracht-Trier. Und rechts 1 zu 1, wie ich das sehe, ne? Ja, ist okay. Ja. Kann man nicht meckern. Ich bin froh, dass das Spiel überhaupt beendet wurde. Ich war auch immer offen. Ja. Es wurde beinahe abgebrochen durch blöde Randale während des Spiels. Nur ein Testspiel, Leute. Nummer 18 von Trier. Schöne Grüße. Genau. Und benimm dich mal bei Testspielen. Und nächstes Mal ein Spielabbruch. Genau. Und wenigstens ein besseres Spiel als jetzt bei den Profis in Bonn. Das war's. Na gut, bevor du vergleichst dir wieder Sachen, die ich nicht vergleichen kannst. Genau, das stimmt. Aber ich denke, meine Mannschaft, die macht das Beste. Und mal gucken, ob wir uns für den Jürlig Barmen sehen, ne? Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich auch ganz bestimmt. Ich muss erst mal gucken, wie's alles klappt. Ob das wirklich noch im VHS-Gebiet ist, sonst muss ich mir einen Plan überlegen. Dann schau' wir mal. Dann bis dahin. Komm an der FC und Prost! Da muss Bier eigentlich sein. Eigentlich Bier aber. Ja. Bevor wir uns in der Hitze davon aus Geräuschen beklopft wird, lieber noch ein gekühltes Cola trinken, ne? Ja, ja. Sauf du mal deine Cola. Ich bleib lieber beim Bier. Ich eigentlich auch. Ja, Peter. Dann bis dann. Ciao.